Was haben Sie bisher getan, um den Wohnungsmangel in Deutschland zu bekämpfen? Und was sind so die fünf Maßnahmen, die vielleicht noch fehlen, um den Wohnungsmangel in Deutschland zu bekämpfen? Da kam jetzt eigentlich nichts, denn wir haben ja festgestellt, alles, was wir bisher gemacht haben, Sie stehen vor den Trümmern des Wohnungsbaus in Deutschland, hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich habe mich immer so gefragt, vielleicht war es ein riesengroßer Fehler, ein eigenständiges Ministerium für Wohnen und Bauen einzurichten, denn vorher im Innenministerium hat das wesentlich besser funktioniert. Also vielleicht war das schon die falsche Weichenstellung. Einen Punkt klammern Sie immer wieder aus, und wenn wir den Punkt ansprechen, dann gehen Sie fast an die Decke. Der Kollege Schattener hatte vorhin darauf hingewiesen, wir haben in Deutschland 280.000 Menschen, die abschiebereif sind. Nicht, weil wir das wollen als Alternative für Deutschland, sondern weil es Gerichte und Behörden so festgestellt haben. Wir haben seit Anfang des Jahres alleine 50.000 entdeckte, illegale Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Das macht also unterm Strich ungefähr 300.000 Leute, die in Deutschland nichts zu suchen haben, die aber Wohnraum blockieren. Warum, und eigentlich sind es ja noch viel mehr, wir haben in den letzten zehn Jahren ungefähr 4 Millionen Einwohner mehr bekommen. Kommen Sie bitte zum Ende, Herr Fangenau. Warum greifen Sie dieses Thema nicht auf? Es ist doch offensichtlich, dass, wenn ich die Nachfrage senke, dass dann auch das Angebot, sage ich mal, wenn es gleich bleibt, sich positiv entwickelt. Herr Abgeordneter, ich reagiere ganz ruhig. Ich stelle nur fest, dass Sie immer nur ein Thema haben und dass Sie extrem monothematisch unterwegs sind. Das mag aus Ihrer Sicht okay sein, aber ich glaube, es wird den Herausforderungen überhaupt nicht gerecht. Ja, wir haben einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das hat dazu geführt, dass Menschen, deren Wohnungen zerbombt werden, Schutz bei uns suchen. Frauen, Kinder, doch. Natürlich geht es darum, weil es geht darum, dass diese Menschen Schutz suchen in diesem Land. Und diesen Schutz geben wir Ihnen. Das ist auch gut. Wir als AfD sind ja breit aufgestellt. Wir nennen ja viele, viele Probleme und viele Gründe für den Wohnungsmangel. Aber Sie verschweigen immer einen. Und deshalb bohren wir natürlich da immer nach, weil Sie es nicht einsehen wollen, dass natürlich 300.000 Menschen in Deutschland weniger logischerweise dann Wohnraum frei machen würden, sodass dann mehr Wohnraum für diejenigen, die hier bleiben dürfen oder hier sowieso wohnen, übrig bleiben würde. Das ist doch ganz geradezu offensichtlich. Und wenn Sie jetzt sagen, Putin wäre schuld an dieser Misere des Wohnraums, erklären Sie mir doch mal, welcher Flüchtling aus der Ukraine ist denn zurzeit in Deutschland vollziehbar abschiebereif? Da fällt mir gar keiner ein, gar keinen Grund für ein. Ich habe mich darauf bezogen, auf die Menschen, die vollziehbar abschiebereif sind. Und das sind ja wohl ukraine Flüchtlinge nicht. Oder haben Sie da andere Informationen? Aber wirklich, Herr Brandler, ich versuche, diese Frage wieder zu beantworten. Was ich doch sagen will, ist, dass am Ende die Frage, dass wir ein Land sind, was gerade zum Beispiel vielen Menschen aus der Ukraine Unterschlupf und Gewehr bietet. Das machen wir. Das ist auch richtig so. Und die wohnen alle auch in Wohnungen. Das ist auch gut so. Aber natürlich bindet das Wohnraum. Gleichzeitig haben wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht, weil wir qualifizierte Zuwanderung brauchen. Auch diese Menschen brauchen, um hier zu bleiben, Wohnungen. Und ich habe überhaupt nicht negiert, dass es natürlich auch Menschen gibt, die Abschiebe, die abgeschoben werden müssen, die im Moment noch Wohnraum belegen. Aber ich finde, Ihre Hierarchie der Themen geht vollkommen durcheinander. Weil wenn Sie selber sagen, dass es richtig ist, dass wir den ukrainischen Flüchtlingen hier Wohnraum gewähren, dann müssen Sie auch sagen, es ist über eine Million Menschen. Und das belegt natürlich auch viel Wohnraum. Das ist auch gut so. Weil wir sind ein Land, was diesen Menschen auch Schutz gewährt. Diese ganze Debatte ist eigentlich völlig skurril und geht total an den Bedürfnissen der Bürger vorbei. Und Herr Bartolz, Sie sprachen vorhin davon, dass wir eine andere Hierarchie bei der Themensetzung haben als Sie. Und das ist wahrscheinlich wirklich so. Die Linken sprechen davon, dass wir uns über Wohnungstausche beschäftigen. Am liebsten wohl die Enteignung der Bürger, die auch für Sie zu großer Fläche wohnen. Und bei Ihnen geht es im Ministerium ständig darum, alles klimaneutral zu machen, energetisch zu sanieren, etc. Gleichwohl wissen Sie, dass wir einen Wohnungsmangel haben. Und die Bürger, die sehen das Problem ganz anders. Die können nämlich nicht mehr bauen. Die Baukosten steigen. Die können die Wohnungen gar nicht mehr bauen. Sie bekommen sie auch nicht gebaut. Ihr Ziel von 400.000 Wohnungen klappt alles nicht. Und die Frage ist einfach, die wir uns stellen und die sich alle Bürger stellen, wann sie endlich anfangen, wenn sie realisieren, dass sie auf der Angebotsnachfrage nicht erhöhen können. Wann fangen sie endlich an, auf der Nachfrageseite zu senken und endlich mal Politik für die eigenen im Land zu machen, bis wir eben dann soweit sind und wieder der ganzen Welt helfen können? Frau Abgeordnete, wenn Sie so ein eingeschränktes Sichtfeld der Welt haben, da kann ich nichts dafür. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich aus meiner Sicht schon versuche, und wir machen das auch, dass wir am Ende dafür sorgen, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum in diesem Lande haben. Und wir machen das auch, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum in diesem Lande haben.